Willkommen bei Point of Invest. Mein Name ist Jan und in diesem Video schauen wir an, wie gut sich P2P-Kredite als passives Einkommen eignen, vor allem mit dem Hinblick auf die aktuelle Krisenzeit. Wie verändert sich der Cashflow, wenn die Wirtschaft gerade nicht brummt? Wer meine P2P-Updates verfolgt, der weiß sicherlich auch, dass sich meine Investments noch im überschaubaren Rahmen halten und damit auch die passive Einkommensquelle durchaus nicht sehr groß ist. Zuletzt im April habe ich 173 Euro brutto, also vor Steuern mit P2P-Krediten verdient. Das ist natürlich nicht besonders viel, das ist nicht repräsentativ. Da kann man ja gerade mal GZ-Gebühren und ein paar Tankfüllungen von bezahlen oder so. Deswegen schauen wir uns jetzt das P2P-Portfolio an von jemandem, der deutlich mehr investiert hat und daraus auch ein größeres Einkommen generiert. Dazu schauen wir uns einmal den Blog Financially Free an. Der gehört dem Dänen Jürgen Wolf. Den kennen vielleicht die einen oder anderen schon, die sich mit P2P-Krediten beschäftigen. Er ist 39 Jahre alt und ist mittlerweile finanziell frei, also lebt von den Einkommen aus seinen Investments und verdient natürlich auch noch zusätzlich über andere Online-Businesses Geld. Aber hier auf seinem Blog geht es hauptsächlich um sein passives Einkommen. Er hat sich hier auch zwei Ziele gesetzt, kurzfristig 3.000 Euro im Monat von Investments als Einkommen zu bekommen und langfristig sogar 7.000. Und ähnlich wie ich das auch mache, zeigt er immer jeden Monat, wie viel durch die einzelnen P2P-Plattformen reingekommen ist. Das ist also sehr interessant. Schauen wir mal, wie sein Portfolio aktuell aufgebaut ist. Dieser Großteil ist bei Crowdestor 91.000 Euro, Groupier ist viel 24.000, Mintos 25.000, Robocash 12.000, Swapper 13.000 und 20.000 bei WiseFund und noch einige andere Plattformen. Auch alle 4- bis 5-stellig investiert. Und zusätzlich hier zu diesen ganzen Graphen schauen wir uns denn jetzt einmal an, wie seine Einnahmen die letzten Monate aussahen. Ich glaube, ja, wir waren hier Februar, März und April 2020. Gucken wir nur mal ganz kurz rein. Beim Februar, da hat er noch knapp 2.000 Euro an Einnahmen aus P2P-Plattformen gekriegt. Wie man sieht, hier bei Crowdestor sehr viel. Ist ja auch seine größte Position. Mintos, Robocash, Swapper, WiseFund haben alle noch viel bezahlt. Bei Pandora hat er schon ein bisschen Minus gemacht. Er investiert auch nicht in Go & Grow, sondern in die einzelnen P2P-Kredite und hat da halt viele Ausfälle. Und zusätzlich hat er noch zwei Immobilien für 80.000 Euro gekauft, die ihm monatliche Mieteinnahmen von 1.800 Euro bringen. Also knapp 2.000 Euro P2P im Februar. Im März, wo sind wir hier? März sah es dann schon nicht mehr ganz so gut aus. Da waren es nur noch 1.000 Euro aus P2P. Ja, Groupier ist schon hier so Ampel auf Gelb gestellt. Das war schon, da hat Groupier ja schon keine Auszahlung mehr ausgeführt. Bondora macht da weiterhin Verlust. Aber bei Crowdestor kam noch ein bisschen was rein. Mintos, Robocash, Swapper, WiseFund haben alle noch bezahlt. Und sonst die anderen, die Mietzahlen laufen auch. Und dann gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer auf das aktuelle Update. Aktueller Stand auch innerhalb der Corona-Krise. Ja, und ich habe mir diesen Blog ausgesucht, weil hier haben wir halt mal wirklich ein sehr, sehr großes P2P-Portfolio, sehr hohen Invest. Und haben da ein gutes Beispiel dafür, dass man ein Gefühl kriegen kann, inwieweit sich P2P-Kredite als passives Einkommen eignen, von dem man dann auch leben möchte. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie bei ihm die Umstände sind, aber auf jeden Fall ist er ja auch mit seiner Familie ausgewandert nach Portugal und hat hier das Ziel, langfristig von diesen passiven Einnahmen zu leben. Natürlich verdient er auch ein bisschen Geld damit, dass er hier über diese Plattform schreibt und dann mit Affiliate-Links an den Einnahmen, an den Investitionen seiner Leser beteiligt wird, ganz klar. So, wie sieht es jetzt im April bei ihm aus? Die Plattform, viele, in die ich auch investiere, Bondora weiterhin mit Verlust. Ja, muss ich sagen, habe ich selber nie probiert. Ich nutze nur Bondora Go & Grow, da hat man halt konstant seine 6,75%. Im Moment natürlich auch eingeschränkt auszahlungsfähig, ja, das dauert entsprechend lange, aber immerhin keine Ausfälle bisher. Das haben wir 12.000 Euro dabei, das ist natürlich schon heftig. Und dann geht es weiter mit Bulk Estate, hier auch 10.000 Euro investiert, normalerweise 10% Zinsen, da kam jetzt gar nichts. Bulk Estate habe ich selber noch nicht investiert, sind ja alles Immobilienkredite. Ja, meist so nachrangige Immobilienkredite. Da wurden anscheinend bei sämtlichen Projekten alle Zahlungen komplett eingestellt. Das ist schon bitter, aber habe ich auch schon bei mehreren Plattformen jetzt erlebt im letzten Monat. Von daher auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, müsste man sich mal im Einzelnen angucken. Das finde ich schon erstaunlich, dass beim 10.000 Euro Portfolio keine einzige Plattform dabei ist, die noch in irgendeiner Weise Raten begleicht. Also die scheinen ja alle wirklich komplett Zahlungen eingestellt zu haben, unabhängig vom Geschäftsmodell oder Liquidität, was auch immer. Crowd Estate, ja, ein kleineres Investment bei ihm nur, in Anführungszeichen, nur 6.000 Euro. Trotzdem sind hier auch nur 8 Euro reingekommen, also hier sind die Zinszahlungen auch schon deutlich rückläufig. Crowd Estate ist natürlich ganz, ganz heftig. Ich habe 91.000 Euro investiert und kein Einkommen für den April 2020. Kann ich auch so bestätigen, ist bei mir das Gleiche. Allerdings habe ich nur 1.000 Euro investiert oder noch weniger. Hier wurden ja auch sämtliche Projekte erstmal ausgesetzt, beziehungsweise die Zinszahlung und die Tilgung wurden ausgesetzt und auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, wobei Crowd Estate angegeben hat, dass einige Kreditnehmer von dieser Regelung gar keinen Gebrauch machen wollen und freiwillig demnächst wieder den ursprünglichen Zahlungsplan fortsetzen wollen. Ja, kann man mal gespannt sein, wie es hier weitergeht. Aber hier sieht man großes Invest, großes Risiko. Hier kann man auf jeden Fall mit diesem Monat keine Rechnung von bezahlen. Dann haben wir hier Fast Investment drin, nur noch ein kleines Investment. Da schreibt er auch weiter unten, dass die Auszahlungen hier sehr lange dauern, ist trotzdem noch als grün angegeben. Sehe ich auch so. Also ich habe auch noch eine ganz kleine Summe bei Fast Investment investiert. Die Auszahlungen dauern mittlerweile circa 4 Wochen. Da kann man auch mal beim Support nachfragen. Da geht es manchmal ein bisschen schneller, beziehungsweise wird das dann nochmal angestoßen. Also hier habe ich auch bisher immer mein Geld wiederbekommen. Aber ja, ist auf jeden Fall auch fraglich. Groupier, große, sehr, sehr bittere Position. 24.000 Euro. Es finden keine Zahlungen mehr statt und man kann auch gar kein Geld mehr abheben. Ja, also hier ist auch ein Betrugsvorwurf im Umlauf und hier muss man auf jeden Fall beobachten, wie es weitergeht. Schwierige Lage ist immerhin, wie man hier sieht, bei seinen 10% von seinem Gesamtinvestment liegen bei Groupier. Die wird man wahrscheinlich früher oder später abschreiben können. Ja, ist in meinem Portfolio ähnlich. Ich bin zum Glück nur mit 1.200 Euro investiert, aber auch hier erwarte ich nicht, dass in nächster Zeit Geld zurückkommt. Mintos läuft an sich hier noch ganz gut. 25.000 Euro investiert, dafür 240 Euro Zinsen, beziehungsweise aus Einnahmen in diesem Monat. Ja, läuft an sich hier ganz normal. Peerberry, kleineres Investment, 6.500 Euro. Wie ganz interessant. Und da hat er geschrieben, dass das der Savings Account von seinen Kindern ist. Das ist natürlich schon sehr, sehr mutig. Also allgemein haben wir hier ein Portfolio, das sehr, sehr bullish, sehr optimistische P2P-Plattform gegenüber ist. Also ich würde das Geld, das ich für meine Tochter anlege, nicht in P2P investieren. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Reinvest, kleines Depot, dafür auch nur ganz, ganz kleines Einkommen. Robocash sieht hier an sich noch ganz, ganz sauber aus. Ja, 10.000 Euro investiert. Also das sieht nicht, nicht nach Verzügen aus im Moment. Genauso bei Swapper. Kommt hier auch noch regelmäßig das Geld rein, entsprechend der, der üblichen Verzinsung. Äh, wie Ventura auch noch mal kleine Positionen. Und dann ist hier Wise Fund auch komplett auf Null. Die, äh, Plattform, die kenne ich persönlich jetzt noch nicht. Aber wie man hier schon an dem, äh, dem üblichen Zinssatz, äh, sehen kann, wird sich das hier wahrscheinlich auch um hochriskante P2B-Business-Kredite handeln, die erstmal alle komplett ausgesetzt wurden. Und dann sind hier noch zwei Positionen, die schon komplett abgeschrieben sind. Kützahl und Investio. Einmal 20 und einmal 24.000 Euro 700. Ähm, ja, minus 100 Prozent. Da kommt natürlich auch nichts zurück. Und da ist auch das investierte Kapital erstmal weg. Hier sind, äh, definitiv schwere Betrugsvorwürfe im Raum. Die Polizei ermittelt. Und es, äh, gibt auch schon Sammelklagen. Kützahl war ich auch, oder bin ich auch von betroffen mit, äh, 900 Euro, meine ich. Und habe mich hier auch der Sammelklage angeschlossen. Dazu gibt es sicherlich zugegebener Zeit mal ein Update. Wenn da was passiert, halte ich euch auf dem Laufenden. Wie man sieht hier sein, äh, Immobilieninvestment ist dafür noch konstant. Also die zwei Einheiten und beide zahlen pünktlich ihre Miete. Aber, äh, für das 245.000 Euro P2P-Portfolio sind nur noch 318 Euro für den April reingekommen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, um zu sehen, wie riskant P2P ist und wie heftig eine Krisensituation, ja, und ein wirtschaftlicher Abschwung sich hier auf das Einkommen auswirkt. Das ist jetzt natürlich eine Momentaufnahme, ja. Wir haben jetzt gesehen, die letzten Monate ist das deutlich zurückgegangen von 2.000 Euro auf 300 Euro. Und, äh, also meine, meine persönliche Vermutung ist, dass es die nächsten Monate erstmal nicht besser wird. Dass vor allem bei den, äh, Plattformen, äh, die Businesskredite ausgeben oder auch hier diese, diese Business, äh, Immobilieninvestments, dass dort die, die, die Zahlungen länger ausgesetzt werden. Bei den P2P-Plattformen ist es ja eher weniger, äh, ganz im Gegenteil, hier einige Plattformen berichten ja, dass es nahezu einen Ansturm gibt, dass es viele Leute jetzt kurzfristig Kredite aufnehmen wollen. Da muss man natürlich schauen, wie die Rückzahlungsmoral und wie, wie die, äh, Risikoklassifizierung der einzelnen Plattformen ist, ob sie überhaupt diesen Leuten Kredite gewähren wollen. Aber insgesamt ist das ein sehr, sehr gefährliches, äh, Business hier rauf, ähm, ähm, äh, hier auf Einnahmen sich zu verlassen. Ja, gerade wenn man, äh, Verantwortung hat, soziale Verantwortung, familiär, äh, eine Familie durchfüttern muss, sollte man wissen, dass P2P kein, in keinster Weise ein gesichertes Einkommen ist. Ja, und selbst diese 318 Euro könnten ja noch auf 0 Euro fallen und hier sicherlich die ein oder andere Plattform noch bei, äh, die im Laufe der, der nächsten Monate Schwierigkeiten bekommen wird oder deren, äh, Kreditanbahner, Kreditnehmer, was auch immer. Äh, von daher, äh, ist ein super Blog, ich kann den auf jeden Fall zu 100% empfehlen, sich den mal anzuschauen. Äh, hier werden auch zu jeder einzelnen Plattformen immer noch, äh, Kommentare gegeben und so, äh, ist, wie gesagt, eine ganz andere Dimension als das, was ich mache, ja, ich habe ja nicht mal ein Zehntel von dem, was er hier investiert, äh, von daher auch sehr, sehr repräsentativ, wie ich finde, für den einen oder anderen vielleicht auch nochmal einen Warnschuss aufzupassen, äh, äh, sein Gesamtportfolio nicht zu sehr auf P2P auszurichten, sondern vielleicht auch andere Assets noch mit dazu zu nehmen, ja, hier zum Beispiel Immobilien könnte eine Alternative sein, äh, ich, äh, habe mich da ja hauptsächlich auf, äh, ausschüttende Aktien und Fonds noch, äh, spezialisiert, aber das einfach nur mal so als kleine Analyse zwischendurch. Wie seht ihr das? Äh, nutzt ihr P2P als passives Einkommen oder habt ihr andere finanzielle Ziele damit, äh, legt ihr hier langfristig an mit Reinvest? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Einstellung dazu ist, wie sich die durch die aktuelle Situation vielleicht auch verändert hat und bis dahin, haut rein und macht's gut!